... Maggie, Premiere, zweiter Teil. Bist du aufgeregt? Auf jeden Fall. Ja, super aufgeregt. Schon den ganzen Tag. Und jetzt ist natürlich gerade der Höhepunkt in mir. Ich meine, was geht es dir vor? Irgendwie so Schmetterlinge im Bauch? Irgendwie so Kribbels? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin richtig gespannt auf den Film. Ich habe den jetzt selber noch nicht gesehen. Und ja, ich hoffe, das wird einfach mega cool. Was ist denn so das Besondere für dich an dem Film? Du hast wahrscheinlich die Bücher vorher auch gelesen. Beschreib mal so ein bisschen. Was macht für dich sozusagen auch Lotta und auch diese Figur aus? Also es ist einfach mega kindlich und super lustig. Und es ist einfach irgendwie ein Film für die ganze Familie, dass man irgendwie seine Eltern schnappen kann, aber auch seine Geschwister und einfach einen schönen Tag im Kino haben kann. Und dass es irgendwie jede Altersgruppe ansprechen kann. Das ist irgendwie, glaube ich, mit das Besonderste an dem Film. Was würdest du sagen, sind die Vorteile, so eine kleine Schauspielerin zu sein wie du? Es gibt viele Vorteile. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das ganze Set und das ganze Drehen. Aber halt auch jetzt hier die Tage in Köln und in Hamburg sind einfach unvergesslich irgendwie. Es sind ja auch viele Fans hier. Ich denke, die wollen alle auch wahrscheinlich gleich ein schönes Foto machen. Wie ist so die Reaktion von den Leuten? Also was schreiben die dir so irgendwie so? Was bekommst du so für Nachrichten? Ich bekomme relativ viele Nachrichten und ich freue mich irgendwie über jede Nachricht, die irgendwie reinkommt. Und wo Leute mich auch noch Tipps fragen, wie sie selber schauspielern können. Und ja, also ich freue mich bei jeder Nachricht und beantworte sie sehr gerne. Und welche Tipps würdest du geben? So eins, zwei, drei? Also vielleicht sich eine Schauspielschule oder eine Agentur zu suchen und da einfach viel zu Schauspielern, egal ob Theater AG oder so. Es muss nicht direkt professionell sein. Aber wenn man das möchte, glaube ich, bekommt man das ganz gut hin. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß dann bei der Premierenverführung. Ja, wie ist das hier am roten Teppich? Was ist das für ein Gefühl? Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich kann es selbst nicht so ganz realisieren, dass ich wirklich auf dem roten Teppich stehe, weil hier sind auch so viele Kameras. Es ist unglaublich. Hat man da auch noch ein bisschen Lampenfieger? Wie ist das? Wie schreibt man das? Also ich war wirklich die Tage vorher unfassbar aufgeregt und jetzt auf dem roten Teppich ist eigentlich alles cool. Aber davor war ich wirklich nervlich. Ich war so aufgeregt. Du kriegst ja unglaubliche Fans, was schreiben dich? Was gibt es da so an Reaktionen? Also mir schreiben wirklich so viele liebe Briefe, also dass sie mich schon lange auf Insta oder von Lotta leben kennen und mich sehr verfolgen und mich als Vorbild auch sehen tatsächlich. Wow, was ist das für ein Gefühl? Es ist unbeschreiblich, weil ich kann das nicht so ganz realisieren, dass mich Leute als Vorbild haben, weil sonst war ich immer so, ich war der Fan von Leuten und jetzt sind das Leute von mir und das ist einfach unfassbar. Vielen Dank. Und wie geht es für mich jetzt weiter? Ähm, jetzt? Also jetzt die nächsten Wochen und Monate. Ach so, jetzt. Ein neues Angebot vielleicht? Du machst auch Musik und so? Also mit Musik bin ich jetzt erstmal auch viel beschäftigt, weil ich ja auch Privatmusik mache oder jetzt noch erstmal viele Kinobesuche. Das heißt, du gehst auch auf Tour? Genau, also nicht wirklich auf Tour, aber ich gehe jetzt in viele Kinos und besuche die. Hast du jemals gedacht, meine Herren, das muss ein Traum sein? Wahrscheinlich lache ich irgendwann auf und stelle fest, das ist alles gar nicht real? Ja, also ich kann es echt nicht fassen, dass ich hier wirklich auf dem roten Teppich stehe, das ist so unglaublich. Damit noch einmal diese Ecke hier. oder Musik her? Ich muss jetzt einfach eigentlich einfach mal aussehen. ficat Serf. Ja! Ich weiß noch nicht, ich kann aber die Ecke gehen. Die Ecke haben auch schon ganz viel weg. Also es ist unfassbar, das ist total cool und lustig, wenn die ganze Zeit Kameras auf dich gerichtet sind und du die ganze Zeit lächelst, ist auf jeden Fall sehr aufregend. Du bist ja aus Köln, hast du gesagt, wie, nochmal vielleicht ganz kurz, bist du sozusagen jetzt auch da noch ein Mitarbeiter zu sein, der so ein Film ist, um bei der Kamera zu spielen, um so eine Rolle zu spielen, die hier nun wirklich wahrscheinlich anders ist als in Rian. Also ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich jetzt wirklich hier bin. Ich fühle mich immer noch, als ob ich gerade in einem Traum bin und nachher aufwache und wieder in meinem Bett liege und dass alles nicht passiert ist. Okay, wenn du so diese ganzen Reaktionen hast, dass es wahrscheinlich kommt, viele wollen ein Foto mit ihr nochmal nochmal machen. Wie ist das denn, um nicht zu sagen, plötzlich lautet zu dir, wenn man sagt, irgendwie wird man auch die Kamera nochmal machen? Also irgendwie fühlt man sich dann so groß irgendwie, dass man irgendwie so ein bisschen wichtig ist und ist aber auf jeden Fall sehr, sehr toll und man macht auch richtig gerne Fotos und so. Super. Ja, aber wieder zu da.